Eigentlich ist Arcus für MP3-Player und seit kurzem auch für Tablets bekannt. Mit dem E-Book Player 70B wollen die Franzosen nun aber auch den E-Lesemarkt erobern. Zunächst einmal zum Lieferumfang und den äußeren Werten. Neben einem Lade- und einem USB-Kabel werden auch Ohrhörer mitgeliefert. Mit 349 Gramm ist der farbfähige 7 Zoller recht leicht und liegt gut in der Hand. Im Arcus E-Reader 70B stecken mehrere Besonderheiten im Vergleich zur bisher verfügbaren E-Book-Player-Konkurrenz. So bietet er neben einem Touch-Display auch ein WLAN-Modul. Damit ist er der erste internetfähige E-Book-Player. Mit dem Browser kann im Internet gesurft mit dem E-Mail-Client eigene E-Mails abgerufen werden. Dank des Betriebssystems Android 2.1 Erklär ist er auch appfähig mit Zugang zum hauseigenen Arcus AppLibStore. Dort stehen zahlreiche Anwendungen bereit, übersichtlich geordnet, in 19 Rubriken. Apps aus dem Android Marketplace kann er hingegen nicht ausführen. Vorinstalliert sind verschiedene Anwendungen wie ein Wecker, eine Timeline, ein Rechner, eine Sudoku-App und eine Wetter-App. Natürlich kann der E-Book-Player auch Musik abspielen sowie Bilder und Videos anzeigen. Dass der Arcus 70B auch zum E-Lesen gemacht ist, zeigt der Startbildschirm. Nach dem Einschalten erscheint die eigene Bibliothek in Bücherregalform. Er kann aber nur E-Books im FP2, E-Pub und PDF-Format darstellen. Und auch der Zoom lässt etwas zu wünschen übrig. In E-Pub-Dateien stehen fünf Schriftgrößen zur Verfügung, PDF-Dateien sind nur prozentual vergrößerbar. Zwar können Lesezeichen gesetzt werden, aber weitere Funktionen wie zum Beispiel das Schreiben von eigenen Notizen stehen nicht bereit. Dafür hält der Akku mit zehn Stunden beim Lesen im Vergleich zur E-Book-Player Konkurrenz recht lange. Eine Besonderheit bietet der Arcus 70B für passionierte Zeitungsleser. Wenn ein WLAN-Hotspot in der Nähe ist, können Zeitungen in zehn verschiedenen Sprachen gelesen werden. Zwölf deutschsprachige Zeitungen bringen ihr mobiles Angebot, bekannt von Smartphones und Tablets, auf den Arcus 70B. Für nur etwas mehr als 100 Euro ist der Arcus E-Book-Player, der schon fast in der Tablet-Klasse spielt, zu haben. Klar, weder bei der Leistung noch bei der Darstellungsschärfe kann er mit Apples iPad mithalten, auch wenn er HD-Videos abspielen kann. Abgesehen von Spiegelungseffekten auf dem LC-Display kann er dafür im Vergleich zu klassischen E-Book-Lesegeräten mit einem elektronischen Tinten-Display überzeugen, weil auf ihm auch Enhanced und interaktive E-Books ihren Mehrwert entfalten.